Heute sind wir wieder leckig unterwegs und das war auf jeden Fall schon gar nicht mal so schlecht. Ist das draußen voller Schnee? Oh Bro! Nein! Digger, das hat er nicht gemacht! Das ist eine Sauerei, ne? Eieiei! Und das alles für ein Video, Mann! Geiler Raum. Er sitzt auf Klo. Und hat jetzt gespült, als würde er seine Frau küssen und küsst den Staubsauger. Laufband, wer kennt ihn nicht? Was zum... Bro! Er nimmt ein Gummiband. Das sieht so dumm aus! Seine Nase! So dumm! Ähm... Ey, über... Ich... Also überlegt mal, ne? Was der sich einfallen lässt und ihr müsst mal nachdenken. Das ist eine Idee, die geht sechs Sekunden. Dafür so ein Aufwand. Voll krass! Okay, das war relativ simpel, glaube ich. Der Klassiker. Jetzt haben die noch... Nein! Jetzt sind sie unter der Couch, stimmt's? Es war so klar! Was kommt jetzt? Die Frau denkt sich auch nur so... Junge, was machen die da? Jo! Wie hat er den Teppich da raufgeworfen? Wie hat er das geschnitten? So krass! Aufentspannt Popcorn essen? Wer kennt die nicht? Hier haben wir irgendwelche Blumen, Bananen. Er will ihr eine Banane geben? Oh nein, er will ihr die Blumen ja eigentlich geben. Nein! Man macht immer erst die Cornflakes und dann die Milch und... Nein, nicht an... Warum? Das ist nicht mal witzig! Digi, sein Ernst? Er sagt noch, sorry. Alles aufgesaugt, aufentspannt, mit dem Staubsauger. Und es leckt. Aber warum wollte... Digi, ja! Er ist auf seinem Hausdach mit einem verdammten Rasenmäher raufgeklettert. Bro! Soll ich auch mal so ein Video machen? Lass ein Like da, wenn ja. Okay. Not bad, Bro. Ein Einbrecher. Wenn der Einbrecher lenken würde. Das wäre so dumm. Nochmal. Nein! Please! Er hat einfach das Taschentuch mitgenommen. Bro, der hat nur Scheiße in seinem Beutel drinne. Oh oh. Er ist mit einem Einbrecher, würde ich Lex richtig gönnen, ne? Oh oh. Polizei kommt. Wenn der Einbrecher... Jetzt ist die Polizei da und er kommt da nicht mehr raus. Digga, wie geil wäre das? Ey. Leute, ich sage euch, Daniel Labelle ist echt eine Eins, Digga. Der entertaint mich sehr, sehr gut. Wir gehen mal weiter, gucken andere Shots an. Schach spielen im Rennen? Was geht denn hier ab? Jenga spielen im Rennen? Jenga spielen. Jenga spielen. Okay, er hat gewonnen. Die wollen einen Film gucken. Einfach einen entspannten Talk haben, ne? Jetzt malen die sogar im Rennen. Junge, wie? Die sind so am durch... Einfach am bügeln auch noch. Geschirr waschen. Ping-Pong spielen? Okay, das war auch sehr lässig, Digga. Ihr merkt schon, ne? Der Typ ist nicht nur krass kreativ, der ist auch so sportlich. Der hat einfach einen Fernseher im Rennen getragen. Was ist das hier? Bro. Einfach als Ente, beziehungsweise Hühnchen, überall hinlaufen. Warum macht man das? Aber schon geil. Der bändigt das so richtig, ne? Einfach schneller als ein Auto, oder was? Das Hühnchen wollte... Ah, okay. Es macht einfach, auf was es Bock hat. Ja, das ist ganz gut gemacht. Aber ich sag mal, es geht besser. Wir gucken mal. Fotos hast du in drei Sekunden. Yo, der Kameramann wieder, Leute. Absolut sportlich überbezahlt. Die ja mal ganz kurz, in drei Sekunden, 5000 Fotos machen. Ich würde die Fotos gerne sehen, ne? Ich sage euch ehrlich. Sehr, sehr gerne würde ich die mal angucken. Nice to meet you, man. How'd it go? Can I get a sneak peek? Yeah, for sure. Oh, nein! 30 Sekunden, 30 Sekunden. Hold your arms. Good, let's go. Und da ist der Loop. Okay, den Loop hat er wirklich gut hinbekommen. Wenn Leute rennen würden, anstatt zu fliegen... Oh, wo läuft der überall mit seinen Koffern lang? Sogar in der Wüste ist er unterwegs, gefühlt. Also, nicht wirklich, ne? Boah, Junge, der wohnt am Wasser. Was ist er denn für einer? Wie geil. Seine Kinder? Da ist seine Frau. Wenn seine Frau auch noch im Koffer gewesen wäre. Wie dumm das wäre. Geil. Digga, das hat 5,2 Millionen Likes, Leute. Ist schon absolut verdient. Tiere nachmachen. Okay. Okay, mal gucken, welches er am besten kann. Der Oktopus. Ah, ja. Weiß ich ja nicht, ne? Ein Pferd. Eine Maus. Eine Ente. Ein Goat. Na, da muss Ronaldo hin eigentlich, ne? Oder Messi, Leute. Das ist ein Chicken. Tiger. Der Tiger ist krass. Ein Eichhörnchen. Leute, ich hab so ein Eichhörnchen-Video, ne? Da ist das Ding an meinem Fenster geklettert und runtergefallen. Das hier ist ein Fisch. Was ist denn Ostrich? Ostrich? Kann ich nicht sagen. Gollum? Hey, Gollum ist doch kein Tier. Jo, wie hat er den Teppich da raufgeworfen? Wie hat er das geschnitten so? Krass. Aufentspannt Popcorn essen. Wer kennt die nicht? Hier haben wir irgendwelche Blumen, Bananen. Er will ihr eine Banane geben. Oh nein, er will ihr die Blumen ja eigentlich geben. Nein! Man macht immer erst die Cornflakes und dann die Milch. Und nein, nicht an... Warum? Das ist nicht mal witzig. Diggi, sein Ernst? Er sagt noch, sorry. Alles aufgesaugt, aufentspannt mit dem Staubsauger. Und es leckt. Aber warum wollte... Diggi, ja. Er ist auf seinem Hausdach mit einem verdammten Rasenmäher raufgeklettert. Bro! Soll ich auch mal so ein Video machen? Lass ein Like da, wenn ja. Okay. Not bad, Bro. Wenn du versuchst, gesund zu essen. Ja, das passiert mir auch immer wieder. Es ist einfach nicht möglich. Fall dann in so einen Kuchen rein. Was soll ich sagen? Und dann esse ich ihn ja auch. Tom und Jerry in real life? Hey, stell dir mal vor, du bist der Nachbar und siehst das. Da denkst du dir doch auch so, Junge, was machen die da? Autsch. Das haben wir schon gut gemacht. Und ein Bein gestellt. Der, der sich immer so verletzt, mäßig, ist immer dieser Daniel Labell, ne? Weil der das, glaube ich, am besten kann. Hier ist die Maus jetzt erstmal auf entspannt den Käse. Und ich muss sagen, das Ding hat nicht umsonst 367.000 Likes. Was haben wir hier? Springseil. Der trainiert im Rennen. Ach du Heiliger. Der ist ne Maschine, Mann. Yoga auf entspannt. Die Jumping Jacks. Das sollte ich auch mal vielleicht ausprobieren, ne? Ich glaube nur, dass ich danach halt draufgehe. Ich glaube schon, dass ich sterbe, wenn ich das machen würde. Okay, Curls könnte ich vielleicht noch. Leute, der Tipp ist doch verrückt, oder? Und verrückt ist es auch, dass jetzt schon wieder 10 Minuten fast rum sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ich auch mal sowas machen soll. Danke fürs Zuschauen. Kuss. Deno out. 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 Deno out.